Über die Verantwortung des Forschers Die Gefangenschaft führte mich nach einigen kürzeren Zwischenaufhalten in Heidelberg, Paris und Belgien, schließlich für längere Zeit auf dem Landsitz Farmhall mit einigen alten Freunden und jüngeren Mitarbeitern des Uranvereins zusammen. Zu ihnen gehörten Otto Hahn, Max von Lauer, Walter Gerlach, Karl Friedrich von Weizsäcker, Karl Wirz. Der Gutshof Farmhall liegt am Rande des Dorfes God Manchester, nur etwa 25 Meilen von der alten Universitätsstadt Cambridge in England entfernt. Ich kannte die Landschaft von früheren Besuchen am Cavendish Laboratorium. Hier, im Kreise der zehn gefangenen Atomphysiker, besaß Otto Hahn durch die Anziehungskraft seiner Persönlichkeit und durch seine ruhige, besonnene Haltung in schwierigen Lagen von selbst das Vertrauen jedes Einzelnen unserer kleinen Gruppe. Er verhandelte also mit unseren Bewachern, wo immer das sich als notwendig erwies. Und eigentlich gab es nur selten Schwierigkeiten, da die uns betreuenden Offiziere ihre Aufgabe mit ungewöhnlich viel Takt und Menschlichkeit lösten, sodass sich nach kurzer Zeit ein echtes Vertrauensverhältnis zwischen ihnen und uns einstellte. Wir waren nur wenig über unsere Arbeiten an Atomenergieproblemen ausgefragt worden, und wir empfanden einen gewissen Widerspruch zwischen dem geringen Interesse an unseren Arbeiten und der ungewöhnlich großen Sorgfalt, mit der wir bewacht und von jeder Berührung mit der Außenwelt ferngehalten wurden. Auf meine Gegenfrage, ob man sich denn in Amerika und England während des Krieges nicht auch mit dem Uranproblem beschäftigt habe, erhielt ich von den uns befragenden amerikanischen Physikern immer nur die Antwort, dort sei es anders als bei uns gewesen. Die Physiker hätten Aufgaben übernehmen müssen, die mehr unmittelbar der Kriegsführung gegolten hätten. Das klang nicht unplausibel, weil ja auch während des ganzen Krieges keine Auswirkungen an amerikanische Arbeiten über Kernspaltungen sichtbar geworden waren. Am Nachmittag des 6. August 1945 kam plötzlich Karl Wirz zu mir mit der Mitteilung, eben habe der Rundfunk verkündet, es sei eine Atombombe über der japanischen Stadt, Hiroshima, abgeworfen worden. Ich wollte diese Nachricht zunächst nicht glauben, denn ich war sicher, dass zur Herstellung von Atombomben ein ganz enormer technischer Aufwand nötig gewesen wäre, der vielleicht viele Milliarden Dollar gekostet hätte. Ich fand es auch psychologisch unplausibel, dass die mir so gut bekannten Atomphysiker in Amerika alle Kräfte für ein solches Projekt eingesetzt haben sollen, und ich war daher geneigt, lieber den amerikanischen Physikern zu glauben, die mich verhört hatten, als einem Radioansage, der vielleicht irgendeine Art Propaganda zu verbreiten hatte. Auch sei, so wurde es mir gesagt, das Wort Uran in der Meldung nicht vorgekommen. Das schien mir darauf hinzudeuten, dass mit dem Wort Atombombe irgendetwas anderes gemeint gewesen sei. Erst am Abend, als der Berichterstatter im Rundfunk den riesigen technischen Aufwand schilderte, der geleistet worden sei, musste ich mich mit der Tatsache abfinden, dass die Fortschritte der Atomphysik, die ich 25 Jahre lang miterlebt hatte, nun den Tod von weit über 100.000 Menschen verursacht hatten. Am tiefsten getroffen war begreiflicherweise Otto Hahn. Die Uranspaltung war seine bedeutendste wissenschaftliche Entdeckung. Sie war der entscheidende und von niemandem vorhergesehene Schritt in die Atomtechnik gewesen. Und dieser Schritt hatte jetzt einer Großstadt und ihrer Bevölkerung unbewaffneten Menschen, von denen die meisten sich am Kriege unschuldig fühlten, ein schreckliches Ende bereitet. Hahn zog sich erschüttert und verstört in sein Zimmer zurück, und wir waren ernstlich in Sorge, dass er sich etwas antun könnte. Von uns anderen wurde an diesem Abend in der Erregung wohl manches unüberlegte Wort gesprochen. Erst am nächsten Tag gelang es uns, unsere Gedanken zu ordnen und sorgfältig auf das einzugehen, was geschehen war. Hinter unserem Landsitz Farmhall, einem altertümlichen Bau aus roten Backsteinen, lag eine nicht mehr gut gepflegte Rasenfläche, auf der wir Faustball zu spielen pflegten. Zwischen dieser Rasenfläche und der efeu bewachsenen Mauer, die unser Grundstück vom Nachbargarten trennte, gab es noch ein lang gestrecktes Rosenbeet, um dessen Pflege sich vor allem Gerlach bemühte. Der Weg um dieses Rosenbeet spielte bei uns Gefangenen eine ähnliche Rolle, wie etwa der Kreuzgang im mittelalterlichen Klöstern. Er war der geeignete Ort für ernste Gespräche zu zweit. Am Morgen nach der erschreckenden Nachricht gingen dort Karl Friedrich und ich lange Zeit sinnend und redend auf und ab. Das Gespräch begann mit der Sorge um Otto Hahn und Karl Friedrich mag es mit einer schwierigen Frage begonnen haben. Man kann ja verstehen, dass Otto Hahn darüber verzweifelt ist, dass seine größte wissenschaftliche Entdeckung jetzt mit dem Makel dieser unvorstellbaren Katastrophe behaftet ist. Aber hat er Grund, sich in irgendeiner Weise schuldig zu fühlen? Hat er mehr Grund dazu als irgendeiner von uns anderen, die wir an der Atomphysik mitgearbeitet haben? Sind wir alle an diesem Unglück mitschuld? Und worin besteht diese Schuld? Ich glaube nicht, versuchte ich zu antworten, dass es Sinn hat, hier das Wort Schuld zu verwenden, selbst wenn wir in irgendeiner Weise in diesen ganzen Kausalzusammenhang verwoben sind. Otto Hahn und wir alle haben an dieser Entwicklung der modernen Naturwissenschaft teilgenommen. Diese Entwicklung ist ein Lebensprozess, zu dem sich die Menschheit, oder wenigstens die europäische Menschheit, schon vor Jahrhunderten entschlossen hat, oder wenn man vorsichtiger formulieren will, auf den sie sich eingelassen hat. Wir wissen aus Erfahrung, dass dieser Prozess zum Guten und Schlechten führen kann, aber wir waren überzeugt, und das war insbesondere der Fortschrittsglaube des 19. Jahrhunderts, dass mit wachsender Kenntnis das Gute überwiegen werde und dass man die möglichen schlechten Folgen in der Gewalt behalten könne. An die Möglichkeit von Atombomben hat vor der Hahn'schen Entdeckung weder Hahn noch irgendein anderer von uns ernstlich denken können, da die damalige Physik keinen Weg deinsichtbar machte. An diesem Lebensprozess der Entwicklung der Wissenschaft teilzunehmen, kann nicht als Schuld angesehen werden. Es wird natürlich jetzt radikale Geister geben, setzte Karl Friedrich das Gespräch fort. Die meinen, man müsse sich in Zukunft von diesem Entwicklungsprozess der Wissenschaft abwenden, da er zu solchen Katastrophen führen könne. Es gebe wichtigere Aufgaben, sozialer, wirtschaftlicher und politischer Art, als den Fortschritt der Naturwissenschaft. Damit mögen sie sogar Recht behalten. Aber wer so denkt, verkennt dabei, dass in der heutigen Welt das Leben der Menschen weitgehend auf dieser Entwicklung der Wissenschaft beruht, würde man sich schnell von der ständigen Erweiterung der Kenntnisse abwenden, so müsste die Zahl der Menschen auf der Erde in kurzer Zeit radikal reduziert werden. Das aber könne wohl nur durch Katastrophen geschehen, die denen der Atombombe durchaus vergleichbar oder noch schlimmer wären. Dazu kommt, dass bekanntlich Wissen auch Macht auf der Erde um Macht gerungen wird und einstweilen ist davon kein Ende abzusehen, muss also auch um Wissen gerungen werden. Vielleicht kann viel später, wenn es so etwas wie eine Weltregierung geben sollte, also eine zentrale, hoffentlich möglichst freiheitliche Ordnung der Verhältnisse auf der Erde, das Streben nach Erweiterung des Wissens schwächer werden. Aber das ist jetzt nicht unser Problem. Einstweilen gehört die Entwicklung der Wissenschaft zum Lebensprozess der Menschheit, also kann der Einzelne, der in ihm wirkt, auch nicht dafür schuldig gesprochen werden. Die Aufgabe muss daher nach wie vor darin bestehen, diesen Entwicklungsprozess zum Guten zu lenken, die Erweiterung des Wissens nur zum Wohl der Menschen auszunutzen, nicht aber diese Entwicklung selbst zu verhindern. Die Frage lautet also, was kann der Einzelne dafür tun? Welche Verpflichtung entsteht hier für den, der in der Forschung tätig mitwirkt? Wenn wir die Entwicklung der Wissenschaft in dieser Weise als einen historischen Prozess im Weltmaßstab ansehen, so erinnert deine Frage an das alte Problem von der Rolle des Individuums in der Weltgeschichte. Sicher wird man auch hier annehmen müssen, dass die Individuen im Grunde weitgehend ersetzbar sind. Wenn Einstein nicht die Relativitätstheorie entdeckt hätte, so wäre sie früher oder später von anderen, vielleicht von Poincar oder Lorenz formuliert worden. Wenn Hahn nicht die Uranspaltung gefunden hätte, so wären vielleicht einige Jahre später Fermi oder Joliot auf dieses Phänomen gestoßen. Ich glaube, man schmälert die große Leistung des Einzelnen nicht, wenn man dies ausspricht. Da kann man auch dem Einzelnen, der den entscheidenden Schritt wirklich tut, nicht mehr Verantwortung für seine Folgen aufbürden als allen anderen, die ihn vielleicht auch hätten tun können. Der Einzelne ist von der geschichtlichen Entwicklung an die entscheidende Stelle gesetzt worden und er hat den Auftrag, der ihm hier gegeben war, auch ausführen können. Mehr nicht. Er wird dadurch vielleicht etwas mehr Einfluss auf die spätere Ausnutzung seiner Entdeckung gewinnen können als andere. Tatsächlich hat Hahn ja auch in Deutschland, wo immer er gefragt wurde, sich für die Anwendung der Uranspaltung nur auf die friedliche Atomtechnik ausgesprochen. Er hat vom Versuch kriegerischer Anwendung überall abgeraten und gewarnt. Aber auf die Entwicklung in Amerika hat er natürlich keinen Einfluss nehmen können. Man wird hier, so führte Karl Friedrich die Gedanken weiter fort, wohl einen grundsätzlichen Unterschied machen müssen zwischen dem Entdecker und dem Erfinder. Der Entdecker kann in der Regel vor der Entdeckung nichts über die Anwendungsmöglichkeiten wissen und auch nachher kann der Weg bis zur praktischen Ausnutzung noch so weit sein, dass Voraussagen unmöglich sind. So haben etwa Galvani und Volta sich keine Vorstellung von der späteren Elektrotechnik machen können. Sie hatten also auch nicht die geringste Verantwortung für den Nutzen und die Gefahren der späteren Entwicklung. Aber bei den Erfindern ist es in der Regel anders. Der Erfinder, und so will ich das Wort verwenden, hat ja ein bestimmtes praktisches Ziel vor Augen. Er muss überzeugt sein, dass die Erreichung dieses Zieles einen Wert darstellt und man wird ihn mit Recht, mit der Verantwortung dafür belasten. Allerdings wird gerade beim Erfinder deutlich, dass er eigentlich nicht als Einzelner, sondern im Auftrag einer größeren menschlichen Gemeinschaft handelt. Der Erfinder des Telefons etwa wusste, dass die menschliche Gesellschaft eine schnelle Kommunikation für wünschenswert hält. Und auch der Erfinder der Feuerwaffe handelte im Auftrag einer kriegerischen Macht, die ihre Kampfkraft steigern wollte. Man kann dem Einzelnen also sicher nur einen Teil der Verantwortung aufbürden. Dazu kommt, dass auch hier weder der Einzelne noch die Gemeinschaft alle späteren Folgen der Erfindung wirklich überschauen kann. Ein Chemiker etwa, der eine Substanz findet, mit der er große landwirtschaftliche Kulturen vor Schädlingen beschützen kann, wird ebenso wenig wie die Besitzer oder Verwalter der angebauten Landflächen wirklich vorausrechnen können, welche Folgen aus den Veränderungen der Insektenwelt in dem betreffenden Gebiet schließlich entstehen. An den Einzelnen wird man also nur die Forderung stellen können, dass er sein Ziel im großen Zusammenhang sehen müsse, dass er nicht um des Interesses irgendeiner kleinen Gruppe willen andere, viel weiterer Gemeinschaften unbedacht in Gefahr bringt. Was verlangt wird, ist also im Grunde nur die sorgfältige und gewissenhafte Berücksichtigung des großen Zusammenhangs, in dem sich der technisch-wissenschaftliche Fortschritt vollzieht. Dieser Zusammenhang muss auch dort betrachtet werden, wo es dem eigenen Interesse nicht unmittelbar entgegenkommt. Wenn du in dieser Weise zwischen Entdeckung und Erfindung unterscheidest, wohin stellst du dann dieses neueste und schrecklichste Ergebnis des technischen Fortschritts, die Atombombe? Hans Experiment über die Spaltung des Atomkerns war eine Entdeckung, die Herstellung der Bombe eine Erfindung. Für die Atomphysiker in Amerika, die die Bombe konstruiert haben, wird also auch gelten, was wir eben über die Erfinder gesagt haben. Sie haben nicht als Einzelne, sondern im ausdrücklichen oder vorweggenommenen Auftrag einer kriegsführenden menschlichen Gemeinschaft gehandelt, die eine äußere Stärkung ihrer Kampfkraft wünschen musste. Du hast früher einmal gesagt, du könntest dir schon aus psychologischen Gründen nicht vorstellen, dass die amerikanischen Atomphysiker mit voller Kraft die Herstellung von Atombomben anstrebten. Auch gestern hast du zunächst nicht an die Atombombe glauben wollen. Wie erklärst du dir jetzt die Vorgänge in Amerika? Wahrscheinlich haben die Physiker drüben am Anfang des Krieges wirklich gefürchtet, dass die Herstellung von Atombomben in Deutschland versucht werden könnte. Das ist verständlich. Denn die Oranspaltung ist von Hahn in Deutschland entdeckt worden und die Atomphysik war bei uns vor der Vertreibung vieler tüchtiger Physiker durch Hitler auf einem hohen Niveau. Man hat also einen Sieg Hitlers durch die Atombombe für eine so entsetzliche Gefahr gehalten, dass zur Abwendung dieser Katastrophe auch das Mittel der eigenen Atombombe gerechtfertigt schien. Ich weiß nicht, ob man dagegen etwas sagen könnte, besonders wenn man bedenkt, was in den nationalsozialistischen Konzentrationslagern wirklich geschehen ist. Nach dem Ende des Krieges mit Deutschland haben wahrscheinlich viele Physiker in Amerika von der Anwendung dieser Waffe abgeraten, aber sie hatten um diese Zeit keinen entscheidenden Einfluss mehr. Auch daran steht uns keine Kritik zu, denn wir haben ja auch die schrecklichen Dinge, die von unserer Regierung getan worden sind, nicht verhindern können. Die Tatsache, dass wir ihr Ausmaß nicht kannten, ist keine Entschuldigung, denn wir hätten uns ja noch mehr anstrengen können, sie in Erfahrung zu bringen. Das Schreckliche an diesem ganzen Gedanken ist, dass man erkennt, wie ungeheuer zwangsläufiger ist. Man versteht, dass in der Weltgeschichte immer wieder der Grundsatz praktiziert worden ist, für die gute Sache darf man mit allen Mitteln kämpfen, für die schlechte nicht, oder in noch bösartigerer Form der Zweck heiligt die Mittel. Aber was hätte man schon diesem Gedankengang entgegensetzen können? Wir haben vorher davon gesprochen, antwortete Karl Friedrich, dass man vom Erfinder verlangen könne, er solle sein Ziel im großen Zusammenhang des technischen Fortschritts auf der Erde sehen. Wollen wir prüfen, was dabei herauskommt. Im ersten Augenblick werden ja nach solchen Katastrophen immer reichlich billige Rechnungen aufgestellt. Es wird etwa gesagt, durch den Einsatz der Atombombe sei der Krieg schneller beendet worden. Vielleicht wären die Opfer im Ganzen noch größer gewesen, wenn man ihn ohne diese Waffe hätte langsam zu Ende gehen lassen. Ich glaube, du hast gestern Abend dieses Argument auch erwähnt. Solche Rechnungen sind aber deshalb ganz ungenügend, weil man ja die späteren politischen Folgen der Katastrophe nicht kennt. Werden durch die entstandene Erbitterung vielleicht spätere Kriege vorbereitet, die noch viel größere Opfer erfordern? Werden durch die neuen Waffen Machtverschiebungen hervorgerufen, die später, wenn alle Großmächte über diese Waffen verfügen, unter verlustreichen Auseinandersetzungen wieder rückgängig gemacht werden müssen? Niemand kann solche Entwicklungen vorausrechnen und daher kann ich mit solchen Argumenten nichts anfangen. Ich möchte lieber von dem anderen Satz ausgehen, über den wir auch gelegentlich gesprochen haben. Dass erst die Wahl der Mittel darüber entscheidet, ob eine Sache gut oder schlecht sei, könnte dieser Satz nicht auch hier wirksam sein? Ich versuchte, diesen Gedanken etwas näher auszuführen. Der wissenschaftlich-technische Fortschritt wird doch zweifellos zur Folge haben, dass die unabhängigen politischen Einheiten auf der Erde immer größer werden und dass ihre Zahl immer geringer wird. Dass schließlich eine zentrale Ordnung der Verhältnisse angestrebt wird, von der wir nur hoffen können, dass sie noch genügend Freiheit für den Einzelnen und für das Einzelne Volk lässt. Eine Entwicklung in dieser Richtung scheint mir völlig unausweichlich und es ist eigentlich nur die Frage, ob auf dem Wege bis zum geordneten Endzustand noch viele Katastrophen passieren müssen. Man wird also annehmen können, dass die wenigen Großmächte, die nach diesem Kriege übrig bleiben, versuchen werden, ihren Einflussbereich so weit wie möglich auszudehnen. Das kann eigentlich nur durch Bündnisse geschehen, die durch gemeinsame Interessen, durch verwandte soziale Strukturen, gemeinsame Weltanschauungen oder auch durch wirtschaftlichen und politischen Druck zustande kommen. Wo außerhalb des unmittelbaren Einflussbereichs einer Großmacht schwächere Gruppen durch Stärkere bedroht oder unterdrückt werden, liegt es für die Großmachten nahe, die Schwächeren zu unterstützen, damit das Gleichgewicht zugunsten der Schwächeren zu verschieben und so schließlich wieder mehr Einfluss zu gewinnen. In dieser Weise wird man wohl auch das Eingreifen Amerikas in die beiden Weltkriege deuten müssen. Ich würde also annehmen, dass die Entwicklung in dieser Richtung weitergeht, und ich sehe auch nicht, warum ich mich dagegen innerlich wehren sollte. Gegen Großmächte, die eine derartige Expansionspolitik treiben, wird natürlich der Vorwurf des Imperialismus erhoben werden, aber gerade an dieser Stelle scheint mir die Frage nach der Wahl der Mittel entscheidend. Eine Großmacht, die ihren Einfluss nur ganz vorsichtig geltend macht, die in der Regel nur wirtschaftliche und kulturpolitische Mittel einsetzt und die jeden anschein vermeidet, mit brutaler Gewalt in das innere Leben der betreffenden Völker eingreifen zu wollen, wird sich diesem Vorwurf viel weniger leicht aussetzen, als eine andere, die Gewalt anwendet. Die Ordnungsstrukturen im Einflussbereich einer Großmacht, die nur vertretbare Mittel verwendet, werden am ehesten als Vorbilder für die Strukturen in der künftigen einheitlichen Ordnung der Welt anerkannt werden. Nun sind gerade die Vereinigten Staaten von Amerika von vielen als ein Hort der Freiheit angesehen worden, als jene soziale Struktur, in der sich der Einzelne am leichtesten frei entfalten kann. Die Tatsache, dass in Amerika jede Meinung frei geäußert werden kann, dass die Initiative des Einzelnen oft wichtiger ist als die staatliche Anordnung, dass auf den einzelnen Menschen Rücksicht genommen wird, dass zum Beispiel die Kriegsgefangenen besser behandelt werden als in anderen Ländern. All dies und noch manches andere hat bei vielen die Hoffnung erweckt, dass die innere Struktur Amerikas schon so etwas wie ein Vorbild für die zukünftige innere Struktur der Welt sein könnte. An diese Hoffnung hätte man denken sollen, als man über die Entscheidung beriet, ob eine Atombombe über Japan abgeworfen werden soll. Denn ich fürchte, dass diese Hoffnung durch die Anwendung der Atombombe einen schweren Stoß erlitten hat. Der Vorwurf des Imperialismus wird von anderen mit Amerika in Konkurrenz stehenden Mächten nun mit aller Schärfe erhoben werden und es wird durch den Abwurf der Atombombe an Überzeugungskraft gewinnen. Gerade weil die Atombombe ja offenbar zum Sieg nicht mehr nötig war, wird ihr Abwurf als eine reine Machtdemonstration verstanden werden und es ist schwer zu sehen, wie von hier ein Weg zu einer freiheitlichen Ordnung der Welt führen könnte. Du meinst also, wiederholte Karl Friedrich, man hätte die technische Möglichkeit der Atombombe im großen Zusammenhang sehen sollen, nämlich als Teil der globalen wissenschaftlich-technischen Entwicklung, die letzten Endes unausweichlich zu einer einheitlichen Ordnung auf der Erde führen muss. Man hätte dann verstanden, dass der Einsatz der Bombe zu einem Zeitpunkt, in dem über den Sieg bereits entschieden ist, einen Rückfall in die Zeit der um Macht dringenden Nationalstaaten darstellt und vom Ziel einer einheitlichen und freiheitlichen Ordnung der Welt wegführt. Denn er schwächt eben das Zutrauen zur guten Sache Amerikas, er macht die Mission Amerikas unglaubhaft. Die Existenz der Atombombe an sich ist hier kein Unglück. Denn sie wird in Zukunft die volle politische Unabhängigkeit auf einige wenige Großmächte mit einer riesigen Wirtschaftskraft beschränken. Für die kleineren Staaten wird es nur noch eine begrenzte Unabhängigkeit geben können. Aber dieser Verzicht braucht keine Einschränkung für die Freiheit des Einzelnen zu bedeuten und kann als Preis für die allgemeine Verbesserung der Lebensbedingungen hingenommen werden. Aber wir kommen, wenn wir so reden, immer wieder von unserer eigentlichen Frage ab. Wir wollten doch wissen, wie sich der Einzelne verhalten muss, denn dieses Getriebe einer von widerstreitenden Ideen geformten, ihren Leidenschaften und Wahnvorstellungen ausgelieferten und doch am technischen Fortschritt interessierten Menschheit hineingestellt ist. Dafür haben wir aber noch zu wenig erfahren. Wir haben immerhin verstanden, versuchte ich zu erwidern, dass es für den Einzelnen, dem der wissenschaftliche oder technische Fortschritt eine wichtige Aufgabe gestellt hat, nicht genügt, nur an diese Aufgabe zu denken. Er muss die Lösung als Teil einer großen Entwicklung sehen, die er offenbar bejaht, wenn er überhaupt an solchen Problemen mitarbeitet. Er wird leichter zu den richtigen Entscheidungen kommen, wenn er diese allgemeinen Zusammenhänge mitbedenkt. Das würde wohl bedeuten, dass er sich auch um eine Verbindung mit dem öffentlichen Leben, um Einfluss auf die staatliche Verwaltung bemühen muss, wenn er das Richtige nicht nur denken, sondern auch tun und bewirken will. Aber vielleicht ist eine solche Verbindung auch nicht unvernünftig. Sie passt gut in die allgemeine Entwicklung, die wir uns vorher vorzustellen suchten. In dem Maß, in dem der wissenschaftliche und technische Fortschritt für die Allgemeinheit wichtig wird, könnte sich auch der Einfluss der Träger dieses Fortschritts auf das öffentliche Leben vergrößern. Natürlich wird man nicht annehmen können, dass die Physiker und Techniker wichtige politische Entscheidungen besser fällen können als die Politiker. Aber sie haben in ihrer wissenschaftlichen Arbeit besser gelernt, objektiv, sachlich und was das Wichtigste ist, in großen Zusammenhängen zu denken. Sie mögen also in die Arbeit der Politiker ein konstruktives Element von logischer Präzision, von Weitblick und von sachlicher Unbestechlichkeit bringen, dass diese Arbeit förderlich sein könnte. Wenn man so denkt, könnte man allerdings den amerikanischen Atomphysikern den Vorwurf nicht ersparen, dass sie sich nicht genug um politischen Einfluss bemüht, dass sie die Entscheidung über die Verwendung der Atombombe zu früh aus der Hand gegeben haben. Denn ich kann nicht daran zweifeln, dass sie die negativen Folgen dieses Bombenabwurfs sehr früh verstanden haben. Ich weiß nicht, ob wir in diesem Zusammenhang das Wort Vorwurf überhaupt in den Mund nehmen dürfen. Wahrscheinlich haben wir an dieser einen Stelle einfach mehr Glück gehabt, als unsere Freunde auf der anderen Seite des Ozeans.